hallo youtube und willkommen in diesem video diese jahre und bei anderen nie vergessen leute ja immer von den weisheiten achten ja heute ist wieder mittwoch ungefähr wir haben ungefähr halb fünf den vierzehnten zwölften ja leute ist war es die letzte zeit kam keine videos von nur ein zwei wochen war nur ein zwei wochen und heute wird geht heute mit einem weihnachtspessel ja und das letzte video in der weihnachtsbäckerei ja wo ist die kekse gebacken habe du hast hier unten noch mal verlinken in die infobox oder hier keine ahnung ich glaube dass unten doch unten in die infobox und hier oder hier ja egal heute wollte ist über sun reden das sind nicht meine roten ne 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 heute heute weihnachtssuchen zeigen das stinkt etwas das sind extra so laufige fluffige süßchen heißt das sind so wenn das ungefähr glaub ich kann die sind hier so in trend gepolstert ich glaube von innen und von außen gab es mit diesen komischen schaff voll dings hier unten ist eine sohle wenn dann größer 45 jahre leute passt auf mit ist es gut ist ein rest ist gefährlich ja ja das wissen sie gefährlich weil da war und war das letzte woche samstag letzte woche samstag glaube ich doch einmal letzte woche samstag da kannst du mich erinnern dafür letzte woche sonderkarte ja und da bin so treppen runter sie dank da bin ich mit diesen schuhen hier im treppenhaus ausgerutzt ja ein ganzer bein tat weh als mein linker bein da bin ich mit diesen schuhen ausgerutzt was passiert ich bin ausgerutzt wollte befesthalten geländer kaputt ist noch ein stop aber auch egal ist durch die knackt haha und ja die habe ich bei da ist man mal wieder die kauf eine mutter eigens erbraucht und die haben ungefähr 20 bis 30 euro die kostet ich sagte ungefähr 20 bis 30 euro zu ha 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 und die gäbe ich glaube es in jeder größe so sieht davon hier von oben aus hier von seite hier sieht davon vorn aus hier sieht davon hinten aus ist das waren hier so oben oben aus und der ist eigentlich ganz normal aus denn ist eigentlich so sind die eigens die beiden suchen aus ganz gleich eigentlich ist und ja wenn ihr euch das kaufen wollt kauft das da ist man oder gibt es ja woanders doch nicht ich kann da war ja heute ein kurzes video morgen kommt so wieder ein video heute morgen und freitag ja gespannt 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 und bis zum nächsten mal in 3 2 1 0 nee wartet doch frohe weihnachten in 3 2 1 0